hallo leute ja kümmern wir uns heute um achim bad mergetheim und um friedrichsdorf mal schauen wie viele da fahrgäste stehen was wir da machen müssen nach dem intro werden wir dann die bahnhöfe mal aufrufen und schauen ob da zu viele stehen oder nicht und ob wir was ändern müssen bis gleich ja los geht es dann wahrscheinlich neue brandenburg weil da stehen die die nach allem wollen oder bad mergetheim 27 hier achim 15 achte kümmere abziehen von denen also 62 ist ein ganzer zug der dahin muss es ist aber gar kein zug da und der nächste zug der da kommt der fährt hier oben gerade und der ist auch voll wow wie sieht es denn hier aus nach neubrandenburg wollen da noch 13 das heißt da ist tatsächlich einer zu wenig unterwegs oder aber war nicht mehrere züge darauf aber die strecke ist so lang und deswegen er wird es nicht klappen der bad mergetheim bei brandenburg achim also zwei kaufen das ist da oben wo das schiff über den see fährt ja hier ist jetzt weniger und da fährt auch noch einer und der ist mit 40 besetzt okay da sind schon welche nach generiert worden dann von der station rathaus zwei kaufen wollen sechs brandenburg runter ok da unten ist ein bisschen knapp aber oben sitzt nicht so schlimm und hier stehen 28 alle wollen da weg vielleicht sollten wir doch ein zug mehr darauf machen vielleicht ist das besser schlachtzahl erhöhen knapp daneben ist auch vorbei ne und das war jetzt achim bad mergetheim friedrichsdorf neubrandenburg der passt oder starten lass den noch dazu fahren das fenster kann auch zu und dann schauen wir mal rein wie sieht es weiter aus hier oben ne da sind wir schon zu weit wir müssen nur nach rechts und dann hoch hier waren 28 stehen und was passiert auf dieser seite schwandorfwald die wollen noch weg gemacht werden mit dem zug nach da oben und er hat hier eine beladung von gewissen prozentzahlen hier sind es jetzt 20 im zug die da kommen okay das sind ein paar mehr ich weiß nicht wie lange er wartet aber er wartet auf jeden fall das hat man mal eingestellt ne ist ja jetzt nicht verkehrt hier sollte das auch so funktionieren hier stehen bad mergetheim hafen 16 und er hat noch 16 dazu die wollen aber auch da hinten nennen dann sind da 32 stehen hier noch welche die abholt werden müssen aha noch 14 und der zug war gerade da der hat auch 15 weiter nach oben ok das sieht erstmal gut aus und hier steht niemand die kutsche ist nicht voll an dem hafen stehen 31 zum rathaus und über rathaus 9 also die kutsche nimmt nochmal drei eine volle ladung mit und eine weitere willsdorf hafen ist jetzt nicht da sondern wird wahrscheinlich dann der link sein oder war das nicht hier ja ja na ist egal wie sieht es hier aus 20 warten die wollen alle wegfahren und der zug ist voll ne das ist nur drei drin das hat jetzt nicht so geklappt dass er die alle mitnehmen ne hier sind es drei die nach schwandorf wald wollen ok auch nicht so viel steht hier irgendwer nein und die kutsche die da hin fährt hat wahrscheinlich auch niemanden so sieht es aus da braucht man sich keine gedanken drum machen ist leider so hier sind 9 von 16 drin ja das läuft aber alles noch da war noch ein Pferdchen sag ich schon ein Schiffchen ah da sind voll besetzt das zweite müsste dann auch noch welche haben ja aber da sind nur sieben drin ok hier unten fährt auch noch einer und der hat nochmal drei ok nachgeneriert und da musste eigentlich noch einer sein da ist er glaube ich da ist keiner dran aber lassen wir so weil ja sonst die Frequenz runter geht und dann nicht genug Leute vielleicht fahren über Erlangen fünf und drei also in der Burg stehen tatsächlich acht Leute da werden auch sechse hingebracht hier läuft es ne nochmal sechse hingebracht hm hier stehen 18 Schwandorf davon drei die anderen werden wohl in die Stadt wollen hier hin und die wollen zur Burg auch sehr krass hier ist niemand drinne und da sind sechs drinne ok das funktioniert einigermaßen hier sind drei drinne ok und welche Richtung kommst du in die andere Richtung und hast keinen mit irgendwo nicht so toll und die stehen ja hier ne mit einem Rathaus der Zug muss dann mal kommen damit er die abholt ne ok der kommt auch der ist schon unterwegs hat er denn welche mit ja neuner ist jetzt nicht berauschen aber es sind welche und hier stehen schon welche nein ja müssen wir mal gucken wie wir da weiter kommen ne da unten hatten wir jetzt noch einen Zug hinzu gesetzt da wollte ich ihn auf eine Karte und wollte ah gehen wir erstmal nach Willensdorf ah knapp daneben ne hier sind die Leute Fahrgäste hier wollen wir vielleicht doch einen Zug machen ne Willensdorf Burg und Willensdorf Hafen am Hafen stehen zehn die wollen aber alle weg vielleicht sollten wir hier doch mal jetzt äh den Dingens machen die Eisenbahn machen ich glaub das bringt's machen wir das so machen wir das so machen das so oder da geht nicht hin sowas doofes ach dann fährt er da auch nochmal richtig runter dann machen da ein gut müssen wir erst so komisch machen so hier im Bahnhof hin da im Bahnhof hin und da ein Bahnhof hin habe ich jetzt hoffentlich nicht ein Doppelbahnhof angelegt nein habe ich diesmal richtig gemacht ok nochmal hier ne da nicht wo machen wir das hier sieht gut aus und da kommt das Depot hin dann setzen wir da einen Zug drauf Lok das hat vier Züge also Anhänger ne und hier neue Linie und äh Regionalzug Welsdorf Welsdorf Hafen also ein paar Striche dazwischen wären ganz nett gewesen ne falsche Taste Schuss wurde geändert ist egal wo er zuerst hinfährt eigentlich ne so und das haben wir und dann fährt er da wieder zurück haben wir auch und erledigt und haben wir ausgewählt und können starten fährt jetzt los und das heißt wir können gleich die Kutschen runter nehmen oder die hat noch sechs da fährt sonst keiner das ist der Bahnhof die hat sechs die hat auch sechs da ist keiner die hat auch sechs also 1 2 3 4 5 5 5 Kutschen und wir haben 1 2 der auch 3 4 5 Kutschen und dann ist das ja passend oder hier ist der Zug der jetzt gerade bei der Burg vorfährt oder und der nimmt dann sechs Passagiere mit sehr schön sehr schön kommt er an und nimmt er mit ja und er fährt weiter also wir müssen hier alle Fahrzeuge anklicken mit ausmustern ausmustern Münsdorf Burghafen Münsdorf Burghafen Originalzug den nicht ausmustern ok der erste ist schon weg alles klar den ausmustern Münsdorf auch ausmustern und das hier ist der Bahnhof und das hier ist der Bahnhof da stehen 14 an der Burg schon jetzt oder was ne ne das ist am die Polen zur Burg ok das ist an der Burg der steht auch schon auf ausmustern ok der steht schon auf nicht laden ich weiß nicht welcher es ist ich weiß nicht welcher es ist äh ah der hier muss es sein ne genau der hat noch geladen wird wohl ja das heißt der Zug fährt 4 sind es noch 1 2 3 irgendeiner fehlt mir auf der Sache hier oder? da ist er da ist er so wieviel sind denn im Zug? achso 6 weil er noch nicht von der Burg weg ist ah der ist schon offen hier mit 14 Passagiere für die Burg ok der nimmt also keinen mit und hier stehen 10 die woanders hin wollen na super ah ne 4 zum Rathaus dann wird das werden ok Zug fährt grad vor das hat geklappt er hat jetzt niemand drin ne das war voraus zu sehen und da muss er gleich 4 mitnehmen denke ich liegt daran dass ah da kommt noch ein Schiffchen aber ja der hätte die 16 ne wahrscheinlich ist der Zug aber in der Ecke schneller wie das Schiff das wird wohl nichts mehr werden ja der ist weg dann erst bei der nächsten Runde aber das ist ja nicht schlimm die 4 hat er jetzt schon mal mit das passt dann schon mal und hier stehen jetzt 14 da stehen 3 machen wir nochmal schneller gerade so jetzt hat er hier die 14 so jetzt hat er hier die 14 irgendein anderer ist gerade schon rausgeflogen weil er keine weil er die Passagiere abgegeben hat ne aber warte mal hier hier muss man noch Ausmustern machen gut 6 hat er ok ok so und dann fährt er schon da lang überholt die natürlich alle noch wahrscheinlich die Kutschen ne oder ja auf jeden Fall und kommt jetzt hier an mit den 14 und fährt schon mal plus ein und lädt 3 gut also die Burg ist offen und zwar hier da steht jetzt keiner ok jetzt müsste gleich hier einer verschwinden von diesen Fenstern der da verschwindet jetzt das Fenster ja sehr gut so der kommt jetzt hier oben an und die steigen aus die 3 und der hat wahrscheinlich keine neuen da ne das ist schlecht können den mal verfolgen gerade und wieviel kriegt er da mit da müssen jetzt die 16 von eben stehen oder genau so ist es die liefert er ab und wieviel hat er für die Burg dann da mitzunehmen 11 ok sind ja ein paar da das geht ja schon mal da oben stehen 15 das ist ja ganz cool oder 18 sind es sogar insgesamt da war jetzt nichts zurück gibt es keine und da wieder 3 mitgenommen auch gut und einmal hier unten bitte 16 kommen von der Burg wieder ok aber ah die fahren sogar durch ok zurück niemand weil keine Schiffe kommen zur Burg will jetzt tatsächlich keiner aber von der Burg 21 ok das funktioniert einigermaßen da bin ich ganz froh drüber weil hier sieht man schon wunderbare schwarze Zahlen da können wir mit leben auch wenn im Rathaus hier in Willensdorf jetzt niemand steht aber das wird ja auch mit der Zeit wachsen und so und dann wird das alles kommen ich würde sagen wir sind hier erstmal am Ziel angekommen von dieser Folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an damit wir das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao ciao